Nachdenkseiten Die kritische Website Angriff auf SPD-Politiker Spalter beklagen die Spaltung Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Attacke auf den Politiker Matthias Ecke ist scharf zu verurteilen. Sie ist Ausdruck einer bedenklichen gesellschaftlichen Verrohung, der entgegengetreten werden muss. Doch wo kommt sie her, die Verrohung? Und sind die, die jetzt die gesellschaftlichen Spaltungen beklagen, moralisch dazu berufen? Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke über den Medienberichten ist scharf zu verurteilen. Die Vorstellung, dass Parteileute, egal aus welcher politischen Richtung, Angst haben müssen, wegen ihres Engagements auch körperlich verletzt zu werden, ist einfach nur gruselig. Ich denke, über diesen Punkt herrscht weitgehend Einigkeit. Fragen stellen sich zu den offiziellen Reaktionen auf die Attacke und zu den Ursachen der gesellschaftlichen Spaltungen und der Verrohungen in der politischen Auseinandersetzung. Und viele der Stimmen, die nun die gesellschaftliche Spaltung beklagen, haben selber erheblich dazu beigetragen. Verurteilungen der Tat kommen aus allen Parteien. Viele Politiker haben laut Medien die sogenannte Striesener Erklärung unterschrieben, darunter die Parteichefs von SPD, Grünen und Linken sowie Abgeordnete der Union. Außerdem gab es Demonstrationen, etwa in Dresden, wie Medienberichten. Der Partei- und Fraktionschef der AfD, Tino Chrupalla, schrieb, physische Angriffe gegen Politiker aller Parteien verurteilen wir zutiefst. Wahlkämpfe müssen inhaltlich hart und konstruktiv, aber ohne Gewalt geführt werden. Ich wünsche Herrn Matthias Ecke viel Kraft und rasche Genesung. Hasssprache von oben Viele Stimmen stellen die Situation nun so dar, als sei die politische Gewalt eine alleinige Sache von Rechtsextremen, deren Saat nun aufgehe. Henning Hommann und Katrin Michel, die Vorsitzenden der SPD Sachsen, sagten laut Medien, die Saat, die AfD und andere Rechtsextreme gesät haben, geht auf. Ihre Anhänger seien mittlerweile völlig enthemmt und betrachteten Demokraten beim Ausüben ihrer Grundrechte als Freiwild. Rechte Hetze und die darauf folgende rechte Gewalt sind scharf zu kritisieren. Es muss aber auch wahrgenommen werden, dass AfD-Politiker und Helfer selber am häufigsten Opfer körperlicher Angriffe werden. Das ist das Ergebnis einer Anfrage der AfD im Bundestag. Zwar sind die Grünen häufiger Opfer von verbalen Angriffen, aber die AfD wird laut der Antwort der Bundesregierung öfter von Gewalt getroffen. In einigen Medienberichten der letzten Tage wurde das teils irreführend so dargestellt, als seien die Grünen momentan die größten Opfer politischer Gewalt. Das Ergebnis der Anfrage bezüglich der Gewaltdelikte im Jahr 2023 ist aber eindeutig. Anzahl von Gewaltdelikten gegen Politiker folgender Parteien Dass die AfD mit diesem Hinweis nicht politisch in Schutz genommen wird, ist selbstverständlich. Die AfD ist für mich keine politische Alternative, das haben die Nachdenkseiten in zahlreichen Artikeln beschrieben. Das hat aber nichts mit prinzipiellen Beurteilungen von politischer Gewalt zu tun und auch nicht mit der Frage, wer die gesellschaftliche Spaltung vor allem auf dem Gewissen hat. Recht der Hetze ist, wie auch viele radikale Bürgerkommentare im Internet, real und sehr bedenklich. Ein Verweis auf Recht der Hetze gibt aber keinen Freifahrtschein für eigene Hetze. Es entlastet nicht davon, dass etwa Politiker der Bundesregierung oder Journalisten großer Medien Vorbild sein müssen, weil sie mit ihrer enthemmten Sprache von großen Bühnen herab viel mehr gesellschaftlichen Schaden anrichten als extremistische Bürgerkommentare in Internetforen. Mit der moralischen Selbstüberhöhung etwa der Politiker der Bundesregierung wächst außerdem die Verpflichtung, sich für eine sachliche Debatte ohne Emotionen und Hetze einzusetzen. Schließlich zählen die Politiker der Bundesregierung und die sie abschirmenden Journalisten ja zu den Guten und daraus erwachsen Verpflichtungen, die politische Debatte nicht zuzuspitzen. Diese Verpflichtung wurde bei zahlreichen Themen verletzt, vor allem aber im Zusammenhang mit der Verteidigung der unangemessenen Corona-Politik und der Verteidigung der Verlängerung des Ukraine-Kriegs durch Waffenlieferung und der Verweigerung von Diplomatie. Die Debatten waren auch vor Corona teils giftig und von Verzerrungen und Meinungswache geprägt. Dazu hatte auch die AfD einen großen Anteil beigesteuert, etwa in der Flüchtlingsdebatte. Die Härte im Umgang mit im Meinungskampf unterliegenden Andersdenkenden wurde aber in der Corona-Zeit von Journalisten, Politikern und Kulturschaffenden auf eine ganz neue gefährliche Ebene gehoben. Wir spüren heute massiv die Folgen der zur Verteidigung der unangemessenen Corona-Maßnahmen begangenen Tabubrüche von Seiten der offiziellen Politik und vieler großer Medien. Zu betonen ist aber auch immer wieder, dass all diese Verfehlungen, etwa in der Corona- oder Ukraine-Politik, meiner Meinung nach keine gewalttätigen Angriffe auf Politiker oder Journalisten rechtfertigen. Eine Provokation ist andererseits, wenn ausgerechnet Karl Lauterbach in einem verlinkten Video der AfD die gesamte Schuld an der Verrohung der aktuellen gesellschaftlichen Debatte gibt und damit seine eigene destruktive Rolle in der Corona-Debatte indirekt weißwaschen will. Hallo, heute ist der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke brutal zusammengeschlagen worden beim Plakatieren in der Nähe von Dresden. Gewalt ist abzulehnen und alle demokratischen Parteien müssen hier zusammenhalten. Das macht den politischen Diskurs kaputt. Gibt es hier einen Zusammenhang mit der AfD oder darf man das nicht sagen? Aus meiner Sicht gibt es den Zusammenhang ganz klar, denn bevor diese Partei kam, war die Debatte nicht so roh, gab es nicht diese Hetze, gab es nicht so viel Gewalt in der Sprache. Und es ist immer das Gleiche. Zuerst kommt die Gewalt in der Sprache und dann wird die Gewalt erlebt. Das müssen wir gemeinsam verhindern durch klare Worte und durch klare Wahlentscheidungen. Neue Gesetze und Fantasiebegriffe wie Verachtung der Demokratie braucht es wegen des aktuellen Vorfalls um den angegriffenen SPD-Politiker jetzt nicht. Bei körperlicher Gewalt ist die Sache juristisch eindeutig. Die betreffenden Paragrafen existieren. Ebenso klar sollte sein, was jetzt zu tun ist. Zum einen müssen Sparkurse bei Polizei und Justiz beendet werden, um die Täter von Gewaltdelikten wirksam verfolgen zu können. Zum anderen, Gewalt folgt oft der Sprache. Darum muss die sprachliche Verrohung und dabei auch die Hasssprache von oben umgehend von allen Seiten zurückgefahren werden und es müssen gebrochene Tabus im Umgang mit Andersdenkenden wieder errichtet werden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.